Hier ist Gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobelt und Peter vor der Kamera und ich hinter der Kamera, wir sehen jetzt rot. Wir sehen rot, es ist diese Sorte, die heißt Hapet Red Lady, eine traumhafte Schnittsorte. Das Optimale bei dieser Sorte ist, sie verblasst nicht wie manche anderen roten Sorten am Rand. Sie hält die Farbe sehr gut, macht lange Stiele zum Schneiden, ist eigentlich die Sorte in rot für den Schnitt. Herzlichen Dank Peter und herzlichen Dank Lady in Red.